Hallo liebe Leute, es geht heute um ein spezielles Thema, denn Nintendo hat offiziell seine nächste Home-Konsole bzw. Portable-Konsole veröffentlicht bzw. bereits ein Trailer zugegeben. Ihr könnt bereits ein paar Ausschnitte daraus sehen. Ich habe mich auch schon in Stimmung gebracht, bin gespannt ob es zum neuen Zelda Breath of the Wild auch schon Infos gibt. Und in dem Sinne ziehen wir uns mal den Trailer rein, den habe ich mir jetzt mal auf YouTube aufgemacht, damit wir auch hier schon Vollbild haben und alles. Und wechseln wir gleich mal hier in die Vollbildansicht. Anscheinend ich habe schon eine Menge Infos diesbezüglich schon gesehen, also es gibt, der Hintergrund ist dieser, ich war heute nicht gerade der Fitteste, also ich war heute nicht gerade wohl, habe gerade noch so die Schule durchgekriegt, habe eine Klassenarbeit geschrieben und eine mündliche Prüfung gemacht und bin dann nach Hause gefahren, habe mich direkt ins Bett gelegt und habe von dem ganzen Trubel rund um die Nintendo Switch überhaupt gar nichts mitbekommen. Da gucke ich heute Abend, checke so meine Mails, checke so meine Nachrichten, sehe ich GameXplain hat Video gemacht zum neuen Nintendo Switch. Da dachte ich mir, was Nintendo Switch, wo kommt das jetzt her, was ist damit? Und ja, zu dem gegebenen Anlass. Und da das jetzt ein sehr aktuelles Thema ist, würde ich dann direkt mal heute mir das, die Konsole selbst anschauen. Einige Erwartungen scheinen sich zu erfüllen. Ich warte, schauen wir uns erstmal in alle Ruhe den Trailer an und dann rede ich noch mal ein bisschen was dazu. So, starten wir mal das gute Ding und davon mal sagen, so ungefähr auf der Lautstärke. So, genießen wir erst einmal. So, direkt Breath of the Wild zu sehen, sehr cool. Hm, auch ein bisschen neues Gameplay und alles. Oh, Hund will aber Gassi. Kein Problem. Ah, okay. Ah, man kann quasi so Teile nehmen und sie an die Konsole stecken, um dort unterwegs weiter zu zocken. Krass. Und wie es aussieht, kannst du dann auch wunderbar zocken unterwegs. Wie das Ganze funktioniert, werden wir dann wahrscheinlich auch gleich zu gesehen willkommen. Aber ja, für Flüge und sowas ultra interessante. Ah, ein Stick oder irgendwas wurde da reingesteckt. Eine Karte. Und dann kannst du unterwegs zocken oder was? Ja. Sag bloß, du nimmst jetzt auch die Controller runter. Alter, Skyrim? Wirklich? Okay. Tatsächlich. Alter, das ist genial. Also, für Flüge, für Reisen ist das ja mal echt cool. Okay, gibt auch wieder eine Controller-Fassung, wie es aussieht. Ja, es ist angekommen, jetzt kann's weitergehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, je, je, es gibt auch noch Mario Kart. Oh, King Boo? Sehe ich das richtig? Okay, also eine erweiterte Version mit weiteren Charakteren und alles. Sehr cool. Ah, und die, äh, seitlichen Controller-Einheiten können als einzelne Controller benutzt werden? Das ist ja geil. Multiplayer-Lokal? Okay. Aha. Ah, ich verstehe ungefähr, wie das gedacht ist. Kannst du es entweder als Controller benutzen, so als Controller-Halterung. Oder du nimmst das so Portal mit. Ich find das cool. Damit, damit werden die ganzen, äh, das Herumpendeln in der Gegend wird dadurch um einiges angenehmer. Ha. Okay. Splatoon, natürlich. Darf nicht fehlen. Kannst auch irgendwo rumhocken und einfach das Ding anschließen. Ich find's hammer. Alter, für Conventions? Für sowas voll geil? Hey. Das Konzept ist gut. Ah, ich sehe neue Frisuren bei Splatoon. Also gibt's eine erweiterte Splatoon-Version jedenfalls. Die Modelle sehen auch sehr schön aus. Also sehr viel Grafik-Power steckt da tatsächlich in dem Gerät drin. Nicht schlecht. Nintendo Switch. Hm. März 2017. Oh, Leute, Leute, das wird teuer. Uiuiui. Ich glaub, wir haben's da mit, oder? Ja, noch mal ein paar Trademarks am Ende, natürlich. So, ähm, das wollen wir uns jetzt gar nicht reinziehen in das Nintendo-System. Stattdessen wollen wir uns mal so überlegen, was wir alles so gesehen haben. Also generell, wir haben gesehen, ist eine Konsole, die eine Dockingstation hat, eine Art, äh, ja, eine Art Ladestation, wo man sie dann reinsteckt. Die dann mit dem, ähm, Fernseher verbunden ist und so weiter und dann man das als Heimkonsole nutzen kann. Schauen wir uns mal die Galerie an. Und schauen wir uns mal an, wie das so grob aussieht. Genau, hier gibt's den, den Controller, der jetzt hier so quasi, sag ich mal hier, äh, das als Controller genutzt werden kann. Wobei, äh, mir schon die Form allein nicht so besonders zusagt, aber, ähm, ich denke auch, weil das nicht so, so handlich ist, äh, zum Zocken. Aber was mir sehr, sehr gut gefällt, ist halt eben, dass man diese seitlichen, äh, Sockel hat, wo man dann halt eben diese Controller-Einheiten einstecken kann. Und, äh, dann das Teil tatsächlich portabel mitnehmen kann. Für, für Flüge unglaublich interessant, für, äh, Zugfahrten, für Conventions. Äh, ich kann mir vorstellen, dass auf der, äh, E3, Entschuldigung, auf der Gamescom nächstes Jahr, dass viele Leute mit dem Teil rumlaufen werden und, äh, unterwegs zocken. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, einzigstes Problem wird wahrscheinlich die Akkulaufzeit sein. Ähm, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Gucken wir mal, was sonst noch ist. Genau diese, äh, diese Controller-Teile. Was ich sehr interessant fand, weil bei dem Trailer, man, äh, konnte sehen, dass die einzelnen Controller-Teile tatsächlich auch als, äh, einzelne Controller genutzt werden können. Also automatisch hat man, äh, wenn man eine Switch kauft, dann hat man zwei von diesen, äh, Kontrollern, in Anführungszeichen. Also für die einfachste Steuerung. Ähm, ist keine schlechte Sache. Finde ich sehr, sehr gut. Man hast du direkt, äh, kannst du direkt jemanden mitnehmen zum Zocken. Und, äh, ich kann mir sogar vorstellen, dass selbst wenn man Portabel, äh, also unterwegs ist, dann kann man sich eine Elgato schnappen, äh, beispielsweise so eine mobile, wenn ich die jetzt gerade gegriffen kriege. Wenn es denn dafür Ports gibt, das muss man natürlich alles checken. Zum Beispiel hier kann man sich einfach eine Elgato schnappen, direkt einen PC anschließen und anfangen aufzunehmen. Das ist so die Frage, die ich mir stelle, ob welche Anschlüsse es bei dem Teil tatsächlich gibt. Die Frage, äh, das würden wir noch alles herausfinden. Was euch auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen hat, hier wird gleich direkt Breath of the Wild gezeigt. Mit einer sehr, sehr schönen Grafik, muss man sagen. Und, ähm, man merkt definitiv, dass die Haupteinheit generell, äh, dieses Portable, dieser Bildschirm, dieser halbe Tablet, wie ich schon nennen will, aber das ist eigentlich eine Beleidigung für sowas, weil das ist schon wirklich ein ausgereifter PC mit einem Betriebssystem und allem. Ähm, und, äh, wie gesagt, mit sehr, sehr vielen Kniffen, wie gesagt, das mit den seitlichen Steuerelementen, das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Dann, äh, hier wird ein bisschen die, okay, wird ein bisschen die Umgebung gezeigt. Also nehmen wir einmal den Nintendo Switch, die Konsole, mit seiner Dockingstation, wo dann auch ein paar Anschlüsse sind. Ich zoome mal ein bisschen ran, vielleicht kriege ich das, äh, kriege ich mal ein bisschen mehr gesehen, ne, wirklich. Das erlaubte mir unsere liebe Nintendo-Seiter-Leben nicht. Gut, auch nicht schlimm. Was man auf jeden Fall sehen kann, hier sind, äh, Anschlüsse, ich glaube, das sind USB-Anschlüsse, die man dann wunderbar benutzen kann, um sie halt eben, äh, ja, für, ähm, externe Festplatten und, ähm, den Ladenadapter und so weiter zu missbrauchen. Vielleicht hat er auch schon eine eigene, äh, Ladenbuchse, äh, wäre nicht schlecht, wäre mal Zeit, Nintendo. Ansonsten, ähm, was man schon mal hier sehen kann, äh, hier auch Amiibos haben sie natürlich ein bisschen Werbung für gemacht, klar. Dann haben sie die Dockingstation und wie gesagt, äh, die Dockingstation ist eigentlich nur dafür da, so wie ich das verstehe, also diese, diese Dock, dass man halt hier mit einem HDW-Kabel an das, äh, an den Fernseher geht und dann, äh, wenn der eingesteckt ist, also wenn der erkannt wird, dass dann, äh, der Bildschirm gesagt wird, huch, da ist jetzt die NX, äh, also ich sag immer NX, äh, aus reiner Gewohnheit, da ist die Switch aufgetaucht, jetzt kannst du dann, äh, äh, umschalten auf, äh, HDMI. Auf jeden Fall sehr cool, äh, auch kann das eine Ding, also, ähm, das hier als Controller benutzt werden, wie gesagt, ich meine, als Gag wäre das nicht mal schlecht, hier hat man auch verschiedene, äh, also wer, wer ja Spieler 1, Spieler 2 ist, also ähnlich wie die, wie U-Fernbedienungen, da bin ich eh sehr gespannt drauf, ähm, wie, äh, wie die Switch mit den alten, äh, Kontrollern, äh, wie sie harmoniert, ob überhaupt und, äh, wie auch immer, das wird sich dann noch zeigen, auf jeden Fall das mit der Portabilität, Portabilität, das ist unglaublich geil, also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute geben wird, die das sehr, sehr, sehr anspricht, vor allen Dingen hat man damit halt einen großen Markt auch abgedeckt, man hat die, den 3DS zwar nicht komplett, äh, abgeschoben sozusagen, sondern, ne, man sagt sich, es gibt halt Spiele für die NX, die halt wirklich, äh, für die Switch, die halt wirklich nur für die Switch ist, das wird auch öfters passieren in einem Video, keine Sorge, ähm, und, äh, die kann man halt sowohl bei einem Portal zocken, als auch eine Heimkonsole, ich denke mal, der Grafikchip, der drin ist, der wird halt das dann einfach hochskalieren, beziehungsweise die Auflösung, beziehungsweise die Grafikeinstellungen, äh, es gibt zwei Presets, wahrscheinlich einmal für, äh, unterwegs und einmal für, äh, den Heimbereich, könnte ich mir so technisch vorstellen, und dann gucken wir uns mal ein bisschen weiter an, wie gesagt, Portable, äh, Breath of the Wild zocken, auch sehr, sehr cool, werde ich nicht nutzen, weil ich einen LP dazu machen werde, aber, äh, äh, generell eine coole Idee, auf jeden Fall, dann gucken wir uns mal weiter an, also es gibt hier schon mal die Game Cards, das ist schon mal sehr interessant, äh, die haben dann, äh, doch gesagt, sie werden mal ein bisschen weg von den Disken, wieder ein bisschen mehr in diese Flashmedien überspringen, finde ich gar nicht mal so schlecht, weil die Dinger sind recht portable, da kommt inzwischen, äh, die Technik ist inzwischen auch günstig genug, als dass man, äh, inzwischen, äh, ein 30 GB Spiel locker auf so ein Ding draufpacken kann, und, äh, steckt man nur ein, schmeißt das Ding an und läuft sofort, das ist, äh, ist völlig in Ordnung, weil, äh, diese ganze Discaufheberei vor allen Dingen, die Disks, ein paar Kratzer drauf, oder sagen wir mal, ein paar tiefe Kratzer, und das Spiel ist einfach nutzlos, und das ist einfach schade. Teil dessen hat man sich so ein bisschen um den 3DS orientiert, finde ich gar nicht mal so schlecht, äh, haben sie dann gesagt, hier, äh, Flashspeicher, äh, in Form von irgendwelchen, äh, SDs, oder, äh, äh, ja, es ist halt die Frage, was für eine Art von Chips das sein wird, aber die würden sich wahrscheinlich orientieren an ganzen normalen SDs, die man auch bei Handys einbaut und sowas. Gut, ansonsten hier, äh, das mit dem Multiplayer, finde ich schon mal sehr praktisch, wie gesagt, jedes als einzelne, einzelne Kontrolleeinheit, unglaublich gut, äh, natürlich die Steuerung sehr vereinfacht, dann in dem Sinne, aber, ähm, was ich sehr, sehr gut finde, ist auf jeden Fall gerade diese, dass man wirklich einfach mal hingehen kann zu einem Kumpel und sagen kann, so, lass mal ein bisschen zucken, und fertig, ähm, dann hat man hier einen Namen für die Dinger gefunden, den Joy-Con, also den Joy-Controller, sozusagen, ein Joy-Stick im Controller, äh, interessant, dann haben wir hier noch ein paar Bilder, hier zum Beispiel von einem Gestell, was man sich angeschraubt hat, äh, die NX reingesetzt hat, ähm, kann man ja auch mit den Tablets genauso machen und dann hast du es quasi eingeklemmt und dann kannst du auch unterwegs zocken, wäre eigentlich keine so schlechte Idee, könnte ich mal wieder bei mir im Auto machen, naja, eigentlich keine schlechte Sache, vor allem sind die ganzen Beifahrer ruhig und, äh, diejenigen, die Autos fahren, äh, Autofahrer, die wissen ganz genau, was ich meine, also es ist einfach, äh, extrem nervig, äh, die ganze Zeit, äh, von den Leuten abzugelenkt zu werden, klar, Unterhaltung und sowas sind keine schlechte Sache, aber, äh, ab und zu nerven Beifahrer schon ein bisschen. So, auf jeden Fall, äh, dann haben wir hier noch den Nintendo Switch Pro Controller, so, und das wird auf jeden Fall wieder eines von den Dingen sein, die ich für ihn zuerst kaufen will, weil, äh, damals schon bei der, ähm, bei der Wii U, hab ich mir gesagt, denn, äh, ich finde das Gamepad toll, ist toll, dass man das hier so mit Touch-Funktionen hat und so weiter, ist alles schön und gut, aber ich brauche einfach einen gescheiten Controller in der Hand, einmal wegen Nostalgie und anders als wegen, weil es, weil es mir komfortabler ist und, äh, dementsprechend, äh, der Switch-Controller wird wahrscheinlich auch auf die Liste landen, wie gesagt, Thema, was ich hab, äh, werden die alten Controller, äh, kompatibel sein damit, weil, wenn ich meinen alten Wii U-Controller benutzen kann, dann möchte ich mir nicht unbedingt einen, äh, Switch-Controller dazu kaufen, ne, wenn ihr versteht, was ich meine, es geht auch ein bisschen ums Geld, aber ich denke, die Konsole an sich, die wird schon teuer, ähm, ungefähr beim 350 Euro-Bereich, schätze ich, mal, das könnte auch ein bisschen mehr werden, dann auf jeden Fall, wie gesagt, das mit dem Gestell, dass man es hier so aufstellen kann, wie gesagt, Zugfahrt, Zugfahrten, äh, oder, äh, Flüge, unglaublich praktisch, also, das wäre eines von den Dingern, die ich, äh, auch nutzen würde, dann, wie gesagt, äh, der, der Grip, äh, wie gesagt, den kann man nutzen als Controller, ich tendiere immer zu sowas, also, man allerdings merkt, sie haben die, äh, grobe, grobe Konfiguration von den Nintendo-Controllern, haben sie das so grob beibehalten, also, dieses Y und X, blablabla, also, sie haben sich nicht großartig geändert, was das betrifft, ich meine aber, da gibt es einen Home-Button und einmal diesen Button hier, das ist, äh, glaube ich, für mich einfach nur der Start, Startknopf, wird sich zeigen, wie gesagt, wird sich alles noch ein bisschen zeigen, und, äh, wie gesagt, würde ich jetzt nicht unbedingt nutzen wollen, natürlich zum, zum Ausprobieren, schöne Sache, äh, für unterwegs, Splatoon, hm, kann man machen, ob das dann auch diese Bewegungssteuerung, diese Gyro-Steuerung hat, wie auch bei der Video-Gamepad, das wird sich jetzt noch zeigen, wir werden wahrscheinlich eh in den nächsten Wochen, äh, so einige Infos, in den nächsten Monaten einige Infos kriegen, also gegen Weihnachten wird es wahrscheinlich an Infos nur so regnen, und, äh, wie gesagt, das ist mit der Dogging-Station ganz feine Sache, steckst das Ding ein, dann wird es erkannt, kannst du die Kontrolle abnehmen, tust dir an deine Grip anschließen, und dann kannst du weiter zucken, praktische Sache, und vor allen Dingen, äh, haben sie schon Spiele gezeigt, ne, sind so, äh, neue Super Mario, was sie auf jeden Fall schon mal machen wollen, dann hier Breath of the Wild, äh, äh, Tablets, äh, tun sie schon mal, äh, tun sie direkt mal zwei, zwei extrem beliebte Spiele, äh, äh, abdecken, dann Mario Kart 8, quasi eine Enhanced Edition, was mir auffällt, ähm, die Charaktere haben hier zwei, äh, also ist mir auch immer im Video aufgefallen, die haben zwei Items, vielleicht eine Art Double Dash, hm, könnte auch was werden, na, schauen wir mal, auf jeden Fall, ähm, das finde ich sehr, sehr cool, und dann haben sie wie gesagt auch Skyrim gezeigt, und das, äh, fand ich dann irgendwie doch schon interessant, weil, äh, für alle, die es jetzt nicht wissen, äh, demnächst gibt es eine Enhanced Edition von Skyrim, kann ich aber auch mal kurz zeigen, wenn wir hier schon Steam offen haben und sowas, dann gibt es, äh, die Special Edition, so, die taucht jetzt aber erst demnächst auf, wo es eine verbesserte Grafik geben wird, Trailer und alles gibt es schon, am 28. Oktober erscheint das Teil und für alle, die eh schon das DLC haben und so weiter von Skyrim, die kriegen das dann mehr oder weniger kostenlos einfach auf ihrer Bibliothek und, äh, ich bin gespannt, ob die Nintendo Switch bereits dermaßen ausgelegt ist, um bereits die Special Edition zu zocken, wenn ja, wäre das echt, echt cool, dass man dann unterwegs einfach mal Skyrim auspacken kann und Skyrim zocken kann, äh, natürlich ohne Mods und wie auch immer, aber trotzdem sehr, sehr coole Idee, ähm, macht auf jeden Fall auch, wenn man NLP anstrebt, das ist ein bisschen einfacher, dass man sich vorbereiten kann auf die nächste, äh, Folge, sprich, man, äh, grindet noch ein bisschen offscreen und, äh, geht dann später nach Hause, macht dann Aufnahme, kann mir, äh, viele nützliche, äh, Verwendungszwecke für das Ganze vorstellen, hier gibt es leider nichts mehr, also wahrscheinlich wegen meinem raus- und reingesummen sind jetzt ein paar leere Stellen entstanden, ne, okay, auf jeden Fall, was mir sehr, sehr gut gefällt, äh, die Idee, dass man sowohl, äh, das Detailportabel nutzen kann, als auch als Heimkonsole finde ich absolut genial, absolut geil, äh, der einzigste, ähm, der einzigste, ähm, der einzigste, ähm, der einzigste, wo ich ein bisschen gespannt drauf bin, sind einmal, einerseits die Kosten, andererseits, äh, die technische Umsetzung, so an sich, also was für Hardware drin steckt, und, äh, ich glaube sogar, die haben gezeigt, ja, hier Partner, und da sind auch schon einige namhafte dabei, ne, Sampling auf Nintendo Switch Partners, Atlus ist direkt auf den Zug aufgestiegen, äh, Bandai Namco, vielleicht gibt es zwar endlich einen Tales of, oder, äh, etwas, äh, ähnliches, auf der, äh, Nintendo Switch, würde mich mega freuen, Bethesda natürlich, mit Skyrim, Capcom, und wenn man jetzt mal so grub drüber guckt, ich, ich schaue mir jetzt gerade die ganzen EAs und sowas, das überfliege ich alles, äh, Inti Creates ist sehr interessant, äh, Konami, äh, Koi Tecmo, Level 5 Games, äh, Platinum Games, Sega, Spikes, äh, Chantsoft, Square Enix, okay, die kann man auch noch gut dazu sehen, Telltale Games finde ich jetzt wiederum interessant, müsst ihr euch mal vorstellen, ein, äh, Telltale Game, äh, Spiel, äh, im Mario-Universum, so, ne, irgendwie interessant, so mit Mario und Luigi da, ähm, okay, und, äh, Havoc ist auch dabei, finde ich sehr cool, Unity wird ebenfalls unterstützt, da kann ich mir vorstellen, dass es einige, äh, Third-Party-Spiele geben wird, äh, die Unity nutzen, also Unity als Flash, äh, Spieleproduktion-, also, äh, Plattform-Software, fände ich sehr gut, und, äh, ja, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, schon einiges an, an, an geilen, äh, geilen Herstellern, geilen Entwicklern dabei, und, äh, ich bin gespannt, bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie, äh, die NX sich, äh, ich sag hier das mal nix, das ist furchtbar, wenn die Gewohnheit einmal eingesetzt ist, ne, ähm, wie die Nintendo Switch sich so macht, und, äh, generell, äh, was die Kosten werden, auf jeden Fall muss ein sehr leistungsstarker, äh, sehr leistungsstarke CPU drin sein, also ein starker Prozessor, äh, eine starke Grafikeinheit, also sprich ein Grafikchip der neueren Generation, und wenn man allein das mal zusammenhängt, zusammen mit der, äh, eigenen, also mit der eigenen, äh, Architektur, sprich Controller, sprich Dockingstation und so weiter, dann kann man schon von einem Preis ausgehen, der bis zu die 400 Euro gehen kann, wenn's ein bisschen, es könnte sogar ein bisschen mehr werden, und das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht bei der Konsole, aber, was mir sehr, sehr gut gefällt generell, die, äh, Nintendo Switch hat schon mal diese schöne Möglichkeit hier mit der Gamecard, ich frag mich, wie die das dann handeln werden mit dem, äh, mit, äh, eShop-Geschichten, wie groß wird der Internet-Speicher sein, ist er erweiterbar, solche Geschichten, es gibt auch genug, äh, SDs im Bereich von mehreren Terabytes, mit denen man tatsächlich auch, äh, mehrere Spiele runterladen-, also speichern könnte, äh, ob das dann ein Thema wird, oder ob man dann komplett vom eShop ein bisschen so weggeht und sich sagt, äh, Leute, kauft die Gamecards, weil die sind, äh, erstens, äh, nicht so, ähm, es sind eh Flash-Speicher, es ist im Prinzip auch nichts anderes, als wenn man das Spiel jetzt, äh, auf dem Teil-Port, äh, lokal hätte, gespeichert hätte und dann einfach ausführt, das ist genauso Flash, äh, Flash-Erzeugung, wie, wie auch bei der, bei der Gamecard und das würde mich interessieren, wie die dann weitermachen mit dem eShop, und generell wie viel Platz das gute Ding hat und sowas. Technische Infos gibt es an sich nicht, äh, Technologie können sich noch ändern, ja, ist gut, klar, also der, der Joy-Con kann sich auch noch ändern. Wie gesagt, was mir sehr gut gefällt, äh, die alten Spiele, Splatoon war eh schon lange im Gedanken, dass man vielleicht ein Splatoon 2 ausbringt, vielleicht ist das eine Richtung, äh, also etwas in der Richtung, und, äh, was mir sehr gut gefällt, wie gesagt, also für, für mich auf jeden Fall unglaublich praktisch, dass man hier mal unterwegs sich einfach mal die, äh, die Switch schnappen kann, äh, die Controller, äh, dran baut und dann unterwegs zocken kann, oder die eben als, äh, die auseinander baut, die als Controller nutzt, ohne die Grip, also ich würde die ohne die Grip nutzen, und, äh, ja, so, so Wartezeiten, oder generell, äh, Flug, äh, Flugzeiten überbrücken, sprich, wenn man einen Flug hat über mehrere Stunden, also ich hab's mir jetzt zur Gewohnheit gemacht, dass ich beispielsweise nach Kanada flieg, und jemand, der schon weiß, der Richtung, äh, USA unterwegs war mit dem Flugzeug, ist halt ein, ist halt ein Weg von mehr als acht, äh, sieben, acht Stunden und, äh, natürlich mit Zeitverzögerung, pipapo, aber sieben, acht Stunden Flugzeit ist das ungefähr, und, äh, der 3DS, der hebt auch nur drei Stunden, so drei, vier Stunden maximal, und danach muss man sich ja gucken, dass man sich mit Zeitschriften oder Musik ablenkt, oder sowas, und, äh, generell die Nintendo Switch interessiert mich sehr, ja, also Fragen, die ich mir noch stelle zur, äh, Nintendo Switch ist, äh, Kosten, Technik, die drinnen steckt, und, äh, Akkulaufzeit, weil Akkulaufzeit wird auch ein großes Thema werden, denn wenn's, äh, Spiele sind mit, äh, hoher CPU-Auslastung, hoher Grafikauslastung, dann, äh, werden die Bauteile entsprechend heiß, dann brauchen die entsprechend mehr Strom, dann verbraucht sich entsprechend mehr Akku, und dann ist halt die Frage, macht das Portable Sinn, also ich würde das Portable, äh, die Portable, äh, Möglichkeit dann für sinnvoll sehen, wenn's über zwei oder drei Stunden die Möglichkeit hat, wirklich, äh, zu leben, besonders was mir Sorgen macht, ist, wenn man unterwegs ist, und, äh, dann wird's wahrscheinlich keine Möglichkeit geben, im Internet zu zocken, sprich Mario Kart irgendwie im Unterwegszocken im, im Netz, ähm, vielleicht über einen WLAN-Hotspot, den man sich beispielsweise übers Handy macht, oder wie auch immer, oder, äh, wie das Ganze realisiert wird, aber generell sehr interessante Geschichte, ich hoffe, äh, da kriegt man in nächster Zeit mal ein bisschen mehr Infos zu, äh, äh, ich würde mal sagen, an der Stelle, das wäre jetzt erstmal alles, was ich dazu zu sagen hätte, auf jeden Fall unglaublich interessant, großes, großes Thema, ich bin gespannt, was wir noch in den nächsten Monaten so erfahren werden, und, äh, mit einem Erscheinungsdatum direkt im März 2017. Gut, man muss sagen, das Produkt sieht schon fertig aus, man, äh, überlegt sich noch die Namensgebung und sowas, und hat sich auf jeden Fall schon mal auf die Nintendo Switch geeinigt, als, äh, Name, und, äh, anscheinend viele große Entwickler dabei, also an sich sehr interessant das Ganze. Bin gespannt, hoffe ihr seid auch gespannt, hier machen wir an der Stelle einen Schlussstrich, und bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr von der Nintendo Switch haltet, und, äh, ja, was ihr vielleicht noch so ein bisschen mitbekommen habt, auf jeden Fall die Gerüchteküche um die NX, ne, die jetzt Nintendo Switch heißt, ähm, doch sehr, äh, doch sehr viel hervorgebracht, was auch tatsächlich hervorgekommen, äh, was auch tatsächlich vorgekommen ist, nämlich das mit der Portabilität, mit, äh, der Geschichte, dass man halt eine Dockingstation hat zu Hause, wie gesagt, welche Anschlüsse und so weiter, das, da bin ich noch sehr gespannt drauf, da, äh, wird sich dann noch zeigen, wie das Ganze dann tatsächlich, und wie man da tatsächlich unterwegs ist mit dem Teil, wie gesagt, USB-Anschlüsse gibt es, äh, ich schätze mal das USB oder das HDMI, ich kann es nicht sehen, weil das Screenshot ist viel zu klein, aber, äh, generell, äh, gefällt mir das sehr, sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, Kontrolle ist auch so eine Geschichte, weil ich möchte nicht 20.000 verschiedene Kontrolle haben, ich habe ja schon Playstation-Kontrolle, ich habe ja schon, äh, Wii-Fernbedienungen, ich habe Classic-Controller, ich habe, äh, äh, die Fernbedienung Plus, äh, den Pro-Controller und, 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 und inzwischen habe ich so viele Kontrolle, dass ich, äh, mir langsam Gedanken mache, hoffentlich, hoffentlich ist, äh, gibt es eine Möglichkeit, dass man auch die alten Kontrolle nutzen kann dafür, wenn nicht, wäre das auch kein großer Bruch, wegen dieser Joy-Con, äh, Geschichten, also wegen dieser Einheiten, aber trotzdem wünsche ich mir, dass man dann, äh, die alten Kontrolle benutzen kann. Ansonsten, nächste Investition Nintendo Switch Pro Controller ist auch schon auf meiner Einkaufsliste, ne. Gut, Leute, in dem Sinne, machen wir mal Schluss und, äh, ja, bin mal gespannt auf eure Kommentare, ne. Haut rein und, äh, viel Spaß noch bei dem Herumwühlen in der Gerüchteküche rund um die Nintendo Switch, ne. Also, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.